So, hallo, nur eine kleine Info und zwar heute ist ein kleiner Spezialtag, der sich an eine bestimmte Zielgruppe von meinen Zuschauern richtet und zwar die Minecrafter. Für euch heute mal eine halbe Stunde Minecraft, wir spielen Craftset, dafür kommen heute keine anderen Projekte, das heißt es ist heute so ein Minecraft-Tag mit einer Spezialfolge, 30 Minuten Craftset und dieser besondere Tag könnte auch noch später für andere Projekte kommen, das heißt Dayset oder mal einen Stundenindienstag oder sowas, das habe ich mir überlegt und heute ist halt mal Minecraft dran. Und dafür kein anderes Projekt, ich hoffe ihr habt Spaß dran und die anderen sind nicht zu sehr beleidigt, nächste Woche geht es dann nochmal weiter und ich wünsche euch viel Spaß heute mit Minecraft, die Folge kommt in einer halben Stunde, viel Spaß.